Der erste Eindruck von diesem Schiff ist der Oberknaller. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Man kommt hier hin und denkt, wow, unglaublich. Ich bin begeistert von diesem Schiff, ich finde es großartig. Es ist genauso geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Sehr stylisch, sehr modern, viel Platz. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Viel Möglichkeiten, seine Zeit flexibel zu verbringen an Bord und einfach seinen persönlichen Wunschtag zu gestalten. Eine ganz entspannte Atmosphäre, wo man einfach runterkommen kann. Das, glaube ich, hat kein anderes Schiff. Man hat wahnsinnig viel Raum und Platz. Sehr viele schöne Orte, sehr viel Freiraum. Das ist ein wahnsinnig tolles Schiff, was noch viel, viel faszinierender ist, wenn man es live erleben kann, als es im Katalog ist. Man fühlt sich sofort wohl und das hängt nicht nur mit dem Schiff zusammen, mit dem Ganzen, was hier gebaut, gestaltet und kreiert wurde, sondern es hängt auch ganz entscheidend mit den Menschen zusammen, die hier arbeiten, die einem vom ersten Moment an das Gefühl geben, man ist hier nicht Passagier, sondern man ist einfach ein ganz willkommener Gast. Und ich denke, dieses Gefühl wird im ersten Moment hier deutlich und das werden auch viele unserer Gäste zu schätzen wissen. Einzigartig an diesem Schiff ist zuallererst einmal die große Freiheit, die man hier genießen kann. Der Platz, der Luxus, dass man verspenderisch mit dem Platz umgegangen ist, dass man nirgendwo anstehen muss, dass immer ein Platz für jemanden reserviert ist, dass man sich überall hinsetzen kann, wo man möchte. Hier wird ja alles abgenommen, sämtliche Unannehmlichkeiten des Alltags werden dir abgenommen und du hast Zeit, dich einfach um das Wesentliche zu kümmern. Ich ertappe mich selber dabei, dass ich überhaupt nicht in irgendein Tagesprogramm gucke, wann gibt es denn Essen, wo gehe ich denn hin, dass ich einfach hingehe. Es gibt so viele schöne Restaurants hier an Bord. Dann überlegst du dir, was mache ich denn heute? Gehe ich zum Italiener oder gehe ich zum Franzosen oder gehe ich einfach in den Yachtclub und hol mir ein bisschen was am Buffet und lass es mir einfach an Deck da noch gut gehen. Das ist so total entspannt, weil du einfach irgendwie deinen Tag so für dich leben kannst. Wir haben die beste Ausstattung, die wir uns hätten wünschen können. Wir haben eine hervorragende Architektur. Wir haben ein Grundkonzept, das meiner Meinung nach sehr stimmig ist, was die Flächenverteilung anbelangt. Wir haben eine ausgezeichnete Besatzung und wir haben wunderschöne Reiseziele. Deswegen bin ich mir sicher, dass das Schiff ein großartiger Erfolg werden wird. Vielen Dank.